Hey Leute, es ist jetzt kurz nach zwölf und ja, ich habe mich jetzt tatsächlich doch noch aufgerafft, Slender selbst anzutesten, nachdem ich jetzt das dritte Let's Play davon gesehen habe und ja, bitte fragt mich nicht, was mich da reitet, denn ich bin eigentlich, was so Erschreckspiele angeht, sehr, sehr, sehr empfindlich und oh, da krabbelt gerade eine Spinne an der Wand lang, faszinierend, egal, jedenfalls ich, ja, ich bin ein bisschen nervös, weil ich wirklich nicht weiß, wie ich auf das Spiel reagiere, bei Amnesia hatte ich Albträume, ich habe tatsächlich von diesem Spiel geträumt und habe, ja, es hat mich psychisch schon ziemlich fertig gemacht, ich bin, ja, ich bin da sehr anfällig für solche Erschreckspiele, in Anführungszeichen, die halt viel mit der Psyche spielen, Entschuldigung, ich gucke immer wieder zu dieser Spinne hoch, ich hoffe, die seilt sich nicht gleich im passenden Moment auf mich ab. Ich muss sie mal kurz entfernen, bis gleich. So, da bin ich wieder, sie wollte mir gerade ins Gesicht springen, als ich sie von der Wand fegen wollte, aber sie hat es nicht geschafft. Ähm, ja, jedenfalls, wir spielen jetzt Slender. Eine kleine Lampe ist rechts neben mir zu sehen, weil, ähm, man sonst mein Gesicht nicht sieht. Ich hätte es am liebsten ganz im Dunkeln gespielt, aber es geht einfach nicht. Ähm, das Bild wird grisselig, ihr seht dann wirklich nur in meinem Mund oder wenn überhaupt. Und das soll ja nicht sein, ihr sollt mich ja sehen, in meinem Schrecken, der mir dann ins Gesicht geschrieben steht. Ja, wir haben keinen Sound, wir haben nur dieses einfache, ähm, ja, dieses ganz einfache Menü. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, dass alles glatt geht und wir starten einfach mal. Ich habe keine Lust. Ich habe jetzt schon Angst. Okay, nicht reinsteigern. Alles gut, alles gut. Ihr wollt mich leiden sehen? Ihr könnt mich leiden sehen. Und zwar hier. Slender. Oh, jeder muss diesem Trend folgen. Einfach jeder muss, jeder muss es sich einmal angetan haben. Wir sind doch alles Masochisten. Oh, das ist unglaublich. Oh, ich will jetzt, ich will aufhören. Jetzt schon. Kann ich einfach stehen bleiben? Ich habe den Sound auf ziemlich laut. Laut. Ähm, ich hoffe, es ist nicht zu laut. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufen soll. Ähm, ich laufe einfach mal. Sprinten kann ich. Okay. Ah, aber dann hält man die Kamera. Äh, die Kamera. Genau, die Kamera. Wie beim Leverage Project. Ähm, nein, da hält man die Taschenlampe nach unten. Ist natürlich ein bisschen schade, dass ich das Spiel, ähm, so jetzt schon kenne, weil ich halt schon viele Videos gesehen habe und ich schon weiß, wie es laufen wird. Aber, ähm, naja, es wird vielleicht trotzdem ganz witzig und ich hoffe, dass ich hier nicht total, totale Anfälle kriege. Ähm, ja. Okay, man hört das Rauschen des Waldes im Hintergrund. Man sieht die Sterne durch die Baumkronen. Und dort hinten ist ein Tank. Und ich weiß nicht, ob da was dranhängt. Ähm, ich versuche da jetzt einfach mal rumzugucken. Oh mein Gott. Da ist nichts. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf den Sound, der gleich einsetzt, wenn man die erste, ähm, Seite gefunden hat. Ihr wisst, was ich meine. Und ich fange jetzt schon an zu schwitzen. Aber ich muss einfach aufhören, mich reinzusteigern. Oh Gott. Ich will heute Nacht eigentlich noch schlafen. Also ich habe auch keine Ahnung, wie lang die Aufnahme wird. Oh Gott. Ich gucke einfach nicht zur Seite. Ich gucke einfach nur geradeaus. Ich gehe jetzt mal hier in die Hütte rein, die aussieht wie so ein Raststättenklo. Ähm, mit diesen Fliesen hier. Oh Gott. Ich bin gerade von meinen eigenen Schritten erschreckt. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der hier drin auch auftauchen kann. Ich weiß nur, dass ich mich, äh, hier drin auf jeden Fall umgucken muss. Kennt ihr das eigentlich, wenn ihr Angst habt vor dem Angsthaben? Angsthaben vor dem, vor dem Erschrecken? So geht's mir nämlich. Gott, ich will da gar nicht hingucken. Okay, hier ist nur ein Stuhl. Muss hier leider wieder raus. Okay. Bisher nichts. Alles ist still. Also ich habe tatsächlich tierische Panik davor, mich zu erschrecken. Egal vor was. Ähm, wenn ich weiß, ich werde mich erschrecken. Gott, oh, ich dachte gerade, da wäre was. Aber es war nur ein schemenhaftes Nebelbillens. Leute, ich muss das, glaube ich, gleich abbrechen. Ich steigere mich da gerade tierisch rein. Das geht nicht. Ich habe schweißnasse Hände. Ich finde nicht mal eine Seite. Ich sag's euch. Also ihr glaubt nicht, was für eine Panik ich schiebe. Vor allen Dingen, wenn ich, äh, wenn ich das alleine spielen muss. Also ich bin jetzt gleich einmal rum um das Haus. Ich habe, ich habe keine Seite gefunden bisher. Ne, nichts. Ich glaube, ich kann das nicht ernsthaft. Ich kann es einfach nicht. Ich will nicht. Ich will da nicht weitergehen. Eigentlich hätte ich doch eine Seite finden müssen, oder nicht? Wie doof. Keine Ahnung. War ja klar, dass ich das wieder nicht hinkriege. Dass ich wieder irgendwas falsch mache. Oh, nein! Der Sound setzt ein. Und das, obwohl ich keine Seite bisher gefunden habe. Leute, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin zu, ich bin da, ich bin viel zu ängstlich. Es ist nur ein Spiel. Mir kann nichts passieren. Ich will wenigstens eine Seite finden. Komm schon. Ich kann das nicht. Ich glaube, ich muss Björn dazu holen. Mein Gott, er ist da. Er ist da. Ich habe, ich habe gerade... Nein! Nein! Hilfe! Ich laufe einfach weiter. Ich habe ihn nicht gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe eine Seite. Yes! Das war also mein erster Run. Ich habe mich nicht einmal erschreckt. Aber, naja, ich habe unheimlich Gänsehaut und meine Finger sind schweißnass. Also, das ist schon ein Zeugnis davon, dass ich extrem Angst hatte. Aber, ähm, naja, tut mir leid, dass das jetzt so schnell vorbei ist, gegangen ist. Vielleicht mache ich nochmal einen neuen Run. Ähm, vielleicht traue ich mich aber auch einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, es war für mich die Hölle eben. Also, ganz ehrlich. Und das, obwohl ich nichts, nichts gesehen habe. Also, ich habe mich ja nicht umgedreht, weil ich wusste halt, bei dem Spiel sollte man sich wirklich nicht umgedrehen. Ähm, ja, tut mir leid. Ihr wolltet mich wahrscheinlich kreischen hören, aber irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert. Ich werde es trotzdem hochladen. Einfach nur, weil, damit ihr seht, dass ich, ähm, tierisch Angst vor dem Spiel habe. Auch wenn ihr es vielleicht nicht sehen könnt, weil ihr schlecht in mich rein fühlen könnt. Also, ihr könnt es vielleicht in meinem Gesicht sehen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube mir mal, dass ich extrem Angst hatte. Ähm, okay. Ähm, mal sehen. Vielleicht mache ich noch einen zweiten Teil. Vielleicht auch nicht. Ähm, ich glaube eher nicht. Okay. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR